Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WhatsApp.hoff. Hallo, Walter. Hi, heute besprechen wir wieder ein heißes Eisen. Ja, dann greifen wir es doch gleich an. Und ich beginne mit einem Gebet. Okay. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengeführt hast. Wir bitten dich um Segen für unser Gespräch. Wir bitten dich, dass der Heilige Geist unseren Verstand erleuchte, damit wir noch über die Dinge nachdenken, über die wir nach deinem Willen nachdenken sollen. In Jesu Namen, Amen. Amen. Nun, manchmal ist es ein kontroverses Thema. Das war schon von Anfang an ein kontroverses Thema. Weil wir zwei Partien in der Welt haben. Und die Leute glauben, dass wir hunderte von Parteien in der Welt haben. Doch es gibt nur zwei. Du kommst ja aus dem Bildungssektor. Also muss das doch auch dein Leben beeinflusst haben. Natürlich. Das ist wahrscheinlich sogar das wichtigste Thema. Mittlerweile war ich ja auf beiden Seiten dieses Streites. Aber lass uns das Thema beleuchten und sehen, was es damit auf sich hat. Es ist ein geschichtliches Problem. Und es wird auch ein endzeitliches Hauptproblem werden. Heute werden wir über eine neue Bildung sprechen. Es wird viel über eine neue Bildung gesprochen. Andererseits sagt die Bibel jedoch deutlich, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Ich denke, sie meinen eine gemeinsame Bildung, die sie jetzt neue Bildung nennen. Die übrigens die alte Bildung ist, die schließlich an einen Punkt universeller Akzeptanz gekommen ist. Okay. Das stammt ja auch vom Papst, der ja ein Seminar über Umerziehung haben wollte, das durch die ganze Covid-19-Sache auf Oktober verschoben werden musste. Und dann gab es diese Zusammenkunft virtuell. Ja, darüber müssen wir sprechen. Ich glaube, dass das eines der wichtigsten Themen für unsere Zeit ist. Das ist ein Thema, das letztendlich den Ausgang aller Entscheidungen bestimmen wird. Es ist sehr wichtig, dass wir darüber sprechen. Also springen wir gleich mitten hinein. Das ist Vatican News vom 15. Oktober 2020. Und der Papst fordert einen globalen Pakt für Erziehung und Bildung, der in sich einen Samen der Hoffnung trägt. Ich bitte es mir aus, das zu bestreiten. Aber so ist es nun einmal. Lass uns sehen, warum wir es uns ausbitten, das zu bestreiten. Es ist eines, unterschiedlicher Meinung zu sein, aber man muss doch stichhaltige Gründe für so eine Aussage liefern. Nun, Papst Franziskus lausiert den globalen Pakt für Bildung und Erziehung am Donnerstag mit einer Videobotschaft während eines virtuellen Events an der päpstlichen Lateran-Universität in Rom. Stellen wir gleich klar, dass das der heilige Gral der Jesuiten ist. Zu diesem Anlass forderte der Papst ein neues kulturelles Modell und Entwicklungsmodell, das die menschliche Würde respektiert und schützt, während eine globale Abhängigkeit voneinander geschaffen wird, um Gemeinschaften und Menschen zusammenzubringen, um für unser gemeinsames Zuhause zu sorgen und Frieden zu fördern. In dieser Aussage steckt sehr viel. Angefangen von Gemeinschaften über seine Enzyklia zur Umwelt bis zu seine Enzyklia über brüderliche Liebe. All diese Themen. Erziehung, sagte der Papst, soll verwandeln. In welche Richtung? Es sollte eine Hoffnung zeigen, die deterministische und fatalistische Theorien der egoistischen, starken, zerschmettern kann. Es soll die Angepasstheit der Schwachen zerschmettern und die Ideologien der Utopisten als den einzigen Weg in die Zukunft. Der Papst stellte heraus, dass Bildung ein natürliches Gegenmittel gegen die individualistische Kultur ist, welche manchmal zu einem wahren Kult des Ego und der Vorherrschaft der Gleichgültigkeit verkommt. Mit Individualität hat er es nicht, oder? Denn die ganze Geschichte hindurch wollte die katholische Kirche immer Konformität ihrem Willen gegenüber. Jeder Individualist, der selbstständig dachte, war ein Feind der Kirche. Diese Grundeinstellung haben sie bis zum heutigen Tag nicht geändert. Ganz und gar nicht. Dadurch könnte man sich natürlich alle selbstständigen Denker vom Hals schaffen. Dann hätte es kein Hus mehr, kein Martin Luther, keinen John Knox, keinen Latimer, keinen Kranmer, keinen von ihnen würde existieren. Es hätte keine Wesley gegeben, niemanden, der anders als der Rest der Gesellschaft denkt. Das anhaltende Engagement jeder Gesellschaftsschicht wird gebraucht, so sagte er, für eine erneuerte Art von Erziehung und Bildung, die nicht versucht ist, wegzusehen und durch schwerwiegende soziale Ungerechtigkeit, Rechtsverletzungen, schreckliche Formen der Armut und den Verlust von Menschenleben begünstigt. Das ist schon interessant. Hier ist die reichste Organisation in der Geschichte der Menschheit. Aber dieses Thema scheint sie nicht zu berühren. Und ja, sie leisten eine Menge soziale Arbeit, aber die wird nicht aus ihrem Säckel unterstützt, sondern durch Spenden von außerhalb. Ja. Hören wir zu, was er zu sagen hatte. Das ist seine Rede zu diesem Thema. Wir halten Erziehung für einen der effektivsten Wege, unsere Welt und die Geschichte menschlicher zu machen. Erziehung ist vor allem eine Frage der Liebe und der Verantwortung, die von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Damit ist Erziehung ein natürliches Gegenmittel gegen die individualistische Kultur, die manchmal zu einem wahren Kult des Egos und der Vorherrschaft der Gleichgültigkeit verkommt. Unsere Zukunft kann nicht aus Trennung, Verarmung des Denkens, der Vorstellungskraft, der Aufmerksamkeit, des Dialoges und gegenseitigen Verständnisses bestehen. Das kann nicht unsere Zukunft sein. Heute bedarf es einer erneuten Selbstverpflichtung zu einer Bildung, eine Erziehung, die alle Ebenen der Gesellschaft aktiv einbindet. Nun, er macht es ziemlich deutlich, dass Individualismus sein Feind ist, auf jeder Ebene, ob es jetzt kulturell oder anders ist. Auf jeder Ebene ist Individualismus der Feind der Kirche und Feind der Gemeinschaft. Und so müssen wir gleichförmig Uniform sein. Wenn man nur einmal die jesuitischen Reduktionen in Südamerika betrachtet, dort wurden indianische Arbeitskräfte eingesetzt und in diesen Reduktionen organisiert. Das war das Modell für den Kommunismus. Da sieht man dann die Frucht dieser Denkweise. Jeder ist gleich und es herrscht nur Elend, weil es deine Freiheit beschneidet. Betrachten wir uns nun die Geschichte, woher das alles kam und warum es diesen Kampf der Vorstellungen gibt. Hier ist ein interessanter Artikel, der in veröffentlichten Schriften der Universität von Arizona erschien. Es ist überschrieben, Martin Luther war ein Anwalt der Bildungsreform. Also rief Martin Luther nach einer neuen Bildung. Ja. Interessant, oder? Das ist wirklich interessant. Was war denn an der alten Erziehung verkehrt? Und stellen wir eines von mir klar, in wessen Hand lag die alte Erziehung? In der Hand der römisch-katholischen Kirche. Ganz genau. Also Martin Luther vertrat eine neue Erziehung. Dieser Artikel wurde 2017 verfasst. In seinem unterfangenen Christen dabei zu helfen, die Schrift selbst zu lesen und zu verstehen, befürwortete Luther eine Schulpflicht für alle. Seine Ansichten zur Bildung werden im Rahmen der Vortragsreihe Frühe Bücher am 11. April in der Universität von Arizona besprochen. Zu einer Zeit, als Schule nur auf die Söhne der Wohlhabenden begrenzt war, propagierte Luther eine Bildungspflicht für alle. Sein Hauptgrund, Bildung war notwendig, damit Christen die Schrift selbst lesen und verstehen konnten. Die Basse war also Sola Scriptura. Das war sein einziger Grund für eine Schulpflicht. Ihm ging es vorrangig um Lesen und Schreiben. Damit die Menschen ihre Bibel verstehen konnten. Genau. Luther war entschlossen, die Kontrolle der Schulen der römisch-katholischen Kirche abzubringen. Also hatte er ein Problem mit ihnen, nicht wahr? Einer der Gründe, warum Luther sich an die Stadtväter wendete, ist sein Wunsch, dass sie die Hauptverantwortung für Bildung übernehmen und sie den Geistlichen der Stadt entziehen. In jener Zeit wurden alle Schulen von der Kirche geführt. Geschichtlich waren alle Universitäten der Welt nur kirchliche Institutionen. Ja. Das ist ein Originaldokument, das er an die Herrscher schrieb. Die Universität kaufte sich davon eine Kopie. Dieses Dokument zeigt seine Ansichten über Bildung sehr deutlich. Es ist ein sehr berühmtes Dokument. Das ist einer der Sätze, die Martin Luther an die Herrschenden seiner Zeit schrieb. Meine geschätzten Herren, wenn wir solch große Summen jährlich für Gewehre, Straßen, Brücken, Dämme und zahllose ähnliche Dinge ausgeben müssen, um den zeitlichen Frieden und den Wohlstand einer Stadt zu sichern, warum sollte nicht viel mehr für die arme, vernachlässigte Jugend verwendet werden? Das beste und größte Wohlergehen, Sicherheit und Stärke einer Stadt bestehen doch vielmehr darin, viele fähige, weise, ehrenwerte und gut gebildete Bürger zu haben. Luther befürwortete auch klassische Bildung. Warum wollte er auch das? Damit die Menschen einen größeren Horizont hatten und die Themen leichter verstehen konnten, die erstmals während der Renaissance eingeführt wurde und die Geschichte und Sprachen wie Griechisch, Hebräisch und Latein enthielt, weil er glaubte, dass eine derart breitgefächerte Bildung beim Studium der Bibel hilfreich sei. In unserer eigenen Denomination haben wir auch bestimmte Richtlinien, die, wenn sie genau befolgt worden wären, zu einem unvorstellbaren Segen geworden wären. Es war angedacht, dass das, was damals in den Prophetenschulen unterrichtet wurde, erneut die Grundlage der Schulbildung sein sollte. Dort gab es heilige Geschichte, denn Geschichte ist sehr wichtig. Es gab heilige Musik, es gab Prophetie, die Bibel wurde studiert und dann gab es praktische Fächer wie Gartenbau, Landwirtschaft, Lebensvorbereitung, was praktische Dinge betrifft. Diese Bildungsschwerpunkte waren vorgesehen gewesen. Doch leider geschah das nicht so. Hier ist eine weitere hochinteressante Veröffentlichung. Sie kommt von Teach Diligently. Hier geht es um christliche Erziehung. Auch sie sprechen über Luthers Ansichten zur Bildungsreformation. Eine neue Bildung. Bezüglich einer Reformation der Universitäten schrieb Luther, die Universitäten bedürfen einer tiefgreifenden und gründlichen Reformation. Ein lockerer Lebenswandel wird dort gepflegt. Es wird wenig über die Heilige Schrift oder den christlichen Glauben gelehrt. Der blinde heidnische Lehrer Aristoteles ist von größerer Bedeutung als Christus. Haben wir heute nicht eine ähnliche Situation in der Welt? Absolut. Genau das Gleiche. Aber hier und da gibt es noch Übrige, die glauben, was Martin Luther sagte. Es gibt immer noch Bekenntnisschulen, die versuchen, trotz dieser Flut von gegensätzlichen Bildungen dem zu entsprechen. Doch die Lehrpläne sind so konzipiert, dass man sich sogar an einer privat geführten Schule an gewisse Normen halten muss, um den Anschluss an den Bildungs-Mainstream zu haben. Ja, und um anerkannt zu werden. Ganz genau. Wenn man dann Mainstream-Bildung hat, befindet man sich an säkulären Universitäten, die wohlgemerkt anfangs nicht säkulär waren, sondern früher vom römisch-katholischen System aufgebaut wurden. Die Universitäten reformieren. Luther argumentierte, dass die Universitäten eine Reform bedürfen, weil er den Einfluss kannte, den sie auf zukünftige Generationen haben würden. Universitäten formen und prägen zukünftige Führer, einschließlich christlicher Führer. Er sagte, die christliche Jugend und die der oberen Schichten, mit denen die Zukunft der Christenheit steht und fällt, wenn in den Universitäten unterrichtet und gelehrt. Nach meiner Ansicht kann die Umsetzung keines Werks mehr eines Papstes oder Herrschers würdig sein, als eine wahre Reform der Universitäten. Andererseits könnte nichts übler sein oder dem Teufel besser dienen als Universitäten ohne Reform. Im Grunde sagt er damit, dass die Universitäten dem Teufel dienen und dass sie übel waren. Das sagte er doch. Sie brauchten eine Reformation. Die Bibel und Erziehung. Luther beschränkte seine Kommentare nicht auf Universitäten, denn er glaubte, dass die Bibel eine zentrale Rolle in jeder Bildung einnehmen sollte. Ist das in der heutigen Welt akzeptabel? Nein, keinesfalls. Das geht gar nicht. Luther wusste um die Verpflichtung, die christliche Eltern haben, ihre Kinder im Glauben zu erziehen und das beginnt bei den untersten Schulstufen. Er schrieb, vor allem anderen sollte der wichtigste und verbreiteste Lehrgegenstand sowohl an Universitäten als auch in unteren Schulen die Heilige Schrift betreffen. Oh, wie unweise gehen wir mit unseren armen jungen Leuten um. Wir, denen befohlen ist, sie zu lehren und zu unterweisen. Aber wir werden einmal ernstlich Rechenschaft geben müssen für unsere Haushalterschaft und erklären, warum wir ihnen nicht das Wort Gottes vorgelegt haben. Wir versäumen es, die gegenwärtige beklagenswerte Notlage der jungen Leute wahrzunehmen. Ob schon sie inmitten einer christlichen Welt leben, verkümmern sie und versinken im Elend, weil ihnen das Evangelium fehlt, in dem und zu dem wir sie allerseits unterweisen und anleiten sollten. Etwas derartiges gibt es momentan in der Welt nicht. Nein, was traurig ist, wenn man darüber nachdenkt, er schrieb das schon in den Tagen der Reformation. Ja. Und obwohl es dann christliche Schulen und Universitäten gab, verließen sie schließlich diesen Kurs und kehrten zurück zu einem säkulären System. Doch wer war dafür verantwortlich? Das müssen wir uns ansehen. Zum Schluss eines Aufsatzes lesen wir diese klassischen Zeilen über Bildung und auch heute täten Eltern gut daran, sich an seinen Rat zu halten. Er schreibt, doch ich würde keinem raten, seinem Sohn an einen Ort zu schicken, an dem die Heilige Schrift nicht an erster Stelle steht. Nun, wohin kannst du denn dein Kind dann schicken? Ja, nirgendwo hin. Wie viele Eltern haben ihre gläubigen Kinder auf säkuläre Universitäten geschickt, nur um sie dann als Ungläubige und Atheisten zurückzubekommen? Jede Einrichtung, in der das Wort Gottes nicht regelmäßig unterrichtet wird, muss versagen. Deshalb beobachten wir die Art von Leuten, die jetzt an den Universitäten sind und es auch zukünftig sein werden. Ich befürchte schwer, dass die Universitäten nichts als weitgeöffnete, zu Hölle führende Tore sind, weil sie ihren jungen Studenten die Heilige Schrift nicht sorgfältig vermitteln und einprägen. Die Großmutter meiner Frau weinte viele bittere Tränen, weil ihre Kinder alle höhere Schulbildungen hatten und Universitätsprofessoren wurden, aber alle wurden sie Atheisten. Also, was Martin Luther hier sagte, stimmt ganz genau. Nun, ich wurde kein Atheist, als ich zur Universität ging, weil ich schon einer war. Und warum war ich Atheist? Warum wurde ich Atheist? Wegen der Erziehung. Wegen der Bildung, die ich in der Schule erhielt. Ganz besonders wegen den Dingen, die mir durch das römisch-katholische System im Religionsunterricht vermittelt wurden. Das stellte sicher, dass ich ein Atheist war, noch bevor ich an die Universität ging. Faszinierend. Ich möchte nur kurz etwas zum Autor des Artikels sagen. Sechiric Garris ist ein Anwalt und Schriftsteller. Er hat einen Master in Theologie vom reformierten theologischen Seminar in Jackson, Mississippi und einen Doktor in Jura von der Juristischen Fakultät der Wayne State University. Er hat eine Lizenz, um in der presbytianischen Kirche in Amerika zu predigen und hat an der Highschool und Sonntagsschule Kurse in antiker Geschichte, früher Kirchengeschichte, Geschichte des Mittelalters, Logik, Bibel, systematische Theologie, Bundestheologie, Apologetik und Weltanschauung gehalten. Er ist also ein sehr gebildeter Mann und er kommt zu dem Schluss, wir werden Zeugen von genau dem, wovon Martin Luther gewarnt hatte. Versagende Einrichtungen. Die Mehrheit unserer Schulen und Universitäten haben versagt, die Studenten in der Weisheit Christi zu unterweisen. Stattdessen haben sie die Studenten in einer progressiven, gegen das christliche, gerichtete Weltanschauung unterrichtet. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass unsere Schulen und Universitäten für einen Großteil des gegenwärtigen moralischen Chaos verantwortlich sind. Sie haben die Pforten der Hölle geöffnet und nur die Gnade Gottes kann sie überwinden. Das ist ein sehr modernes Dokument und er kommt zu dem gleichen Schluss wie schon Luther vor 500 Jahren. Nun, ich komme aus diesem Unterrichts- und Bildungssystem. Es ist interessant, dass Martin Luther alle Schichten unterrichten wollte. Sogar Mädchen. Das war in jenen Tagen ein No-Go. Er selbst hatte, glaube ich, drei Töchter. Eine starb wohl bei der Geburt und die anderen mit 13. Er trat für Bildung für alle ein und gründete eine Schule in Wittenberg, die Mädchen besuchen konnten, damit sie auch Schulbildung hatten, lesen und verstehen konnten. Dieses Bildungsverständnis schenkte der Protestantismus der Welt. Und die letzten Überbleibsel dieser Erziehung müssen jetzt zerstört werden. Hier ist ein weiterer spannender Artikel. Er stammt von Stimit. Der Krieg gegen Bücher, um Lernen gegen das Lernen einzurichten, ist eine jesuitische Strategie. Die Formulierung Lernen gegen das Lernen stammt vom Kardinal Thomas Walsley und war an den Papst gerichtet. Es ging dabei um die Gefährdung der kirchlichen Kontrolle durch die Druckerpresse. Wie kommt man dazu zu sagen, dass die Druckerpresse eine Gefahr für die Kirche darstellt? Das bedeutet doch, dass Wissen, wahre Erkenntnis, eine Gefahr für die Kirche darstellt. Das Ziel der katholischen Kirche wurde es, einen Krieg gegen Bücher anzufangen. Wie die Israeli es im letzten Kapitel eines Buches Amenetes of Literature aus dem Jahr 1841 formulierte. Das bezieht sich auch auf die Druckerpresse von Gutenberg, die genau in der Zeit der Reformation entwickelt wurde. Ganz genau. Sie war der Feind des Papsttums. Warum? Weil es dem Volk Gottes Wort in die Hand gab und auch die Literatur, die damit im Zusammenhang stand. Wie zum Beispiel die Schriften Martin Luthers. Diese Strategie führt zurück zu Ignatius Loyolas Regeln für Jesuiten. Er war der Gründer des Jesuiten-Ordens, nicht wahr? Eigentlich gab es drei Gründer. Einer war Ignatius Loyola. Dann gab es noch Peter Faber, ein deutscher Mitbürger der Jesuiten. Er war im Grunde derjenige, der die Philosophie des Lernens in diese erlauchte Gruppe hineinbrachte. Und es gab nur Franziskus Xabia, zu Deutsch Franz Xabia. Er starb als Erster. Faber war jedoch derjenige, der die Philosophie dahinter entwickelte. Ignatius Loyola hatte dafür die Visionen. Er entwickelte die Übungen von Loyola. Die oberste Regel des Jesuiten-Ordens beinhaltet, das Denken konform mit der katholischen Kirche zu machen, was in 18 speziellen Regeln ausgearbeitet wird. Die 13. Regel besagt, zum 13. und schließlich, dass wir alle zusammen desselben Sinnes sein mögen, ihm angepasst sein an die Kirche selbst. Kein eigenes Denken. Interessant, oder? Falls sie festlegen wird, dass etwas schwarz ist, was unseren Augen weiß erscheint, sollten wir es genau zu weiß erklären. Der 13. Autograph, damit wir in allen Dingen der Wahrheit anhängen, damit wir in nichts irre gehen, sollen wir immer daran festhalten, als fixes Prinzip, damit ich von dem, was ich als weiß sehe, doch glaube, dass es schwarz ist, wenn die Kirchenhierarchie es so definiert. Das ist aus den geistlichen Übungen von Ignatius von Loyola, 1541. Ich bringe es nicht über mich zu sagen des Heiligen, aber hier steht es so. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Man hat keine eigenen Gedanken. Entschuldigung. Man sieht, dass etwas weiß ist, und die Kirche sagt, es ist schwarz. Sagte der Papst das nicht mit anderen Worten? Haben wir nicht gerade seine Rede angehört? Wenn du nicht mit ihnen übereinstimmst, hast du kein Recht. Kein Platz. Ist da kaum Raum für dich? Er schreibt in diesem Artikel weiter. Der niederträchtige Bertrand Russell erklärt, dass diese Strategie von Johann Fichte verfolgen wurde, der festsetzte, dass Bildung darauf abziehen sollte, den freien Willen zu zerstören, und dass die Gesellschaftspsychologen der Zukunft eine Vielzahl von Klassen mit Schulkindern haben werden, an denen sie verschiedene Methoden ausprobieren werden, die die unerschütterliche Überzeugung schafft, dass Schnee schwarz ist. Ist hier ein Bezug zu dem, was Loyola sagte? Die schuldigen Übeltäte an der Einführung von Lernen gegen Lernen und an tobendem Kampf gegen Bücher sind Ignatius Loyola, Thomas Walsley, Johann Fichte und Bertrand Russell. Isaac de Israely, Kampf gegen die Jesuiten, verdient Anerkennung. Hier sind die Quellen für sein Artikel. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist eine geschichtliche Tatsache. Und so viele Menschen widersprechen und bekämpfen sie, weil sie selbst Teil dieser Institutionen sind, die Loyolas Anweisungen in unseren Universitäten am Verstand der jungen Leute anwenden. Stimmt es, dass unsere Universitäten das tun? Ich habe darin einige eigene Erfahrungen. Ich war an einer der größten Universitäten unseres Landes und unterrichtete dort. Ich war Atheist und ich unterrichtete Evolution. Es gab an dieser Universität auch eine theologische Fakultät. Aber sie konnten dem, was die Evolutionisten sagten, nichts entgegensetzen. Und das ist bis heute so. Wenn man das Radio anmacht, gibt es Programme, in denen meine ehemaligen Kollegen die Tugenden der Evolution verkünden. Und auch die Ignoranz und Dummheit derer, die der Bibel glauben. Ich habe einmal an einem interessanten Treffen teilgenommen. Dort hat einer der bedeutendsten Kanäle der Welt, das sind okkulte Kanäle, mich darüber informiert, dass die Universitäten durch genau diese Okkulisten den Okkultismus unterwiesen werden. Wir sprechen jetzt einmal über die theologischen Seminare. Wenn man diese theologischen Schulen, die es heute in der Welt gibt, besucht, liest und lernt man, was alle diese gelehrten Männer über Religion gesagt haben. Und Karl Barth wird wichtiger als das Wort Gottes. In den meisten Seminaren gibt es kein wirkliches Studium des göttlichen Wortes. Keiner verlässt eine dieser Schulen und weiß, worum es im Buch Daniel geht. Die Reformatoren wussten das. Aber die sogenannten reformierten Seminare lernen es nicht. Sie haben keinen Schimmer, worum es im Buch Offenbarung geht. Oder zumindest, worum es in Offenbarung Kapitel 13 geht. Sie sollten doch zumindest wissen, was die Reformatoren lehrten. Aber sie wissen es nicht. Sie lernen, was Unglaubliche sagten. Und das wird zur Norm. Irgendwann einmal kam ich zu der Überzeugung, dass ich auch einen Abschluss in Theologie erwerben sollte. Denn es scheint allgemein die Mentalität zu herrschen, dass man sich ohne einen Abschluss in Theologie besser von jedem theologischen Thema fernhalten sollte. Ja. Bist du dir das auch schon begegnet? Ja. Ja, und ich sah mich oft mit dieser Einstellung konfrontiert. Und auch mir ist das schon begegnet. Und es klingt für mich fast so, als ob die Pharisäer herumschreien, wer ist dieser? Ja. Wer ist dieser Mann? Er hat auch nicht studiert. Sie verdammten die Jünger, sie verdammten Johannes, sie verdammten sogar Jesus selbst. Stimmt's? Und so entschloss ich mich, diesen Intellektuellen an den Colleges und Universitäten entgegenzuwirken und auch einen Grad in Theologie zu erwerben. Und so ging ich in der Universität, an der ich damals unterrichtete, zum theologischen Seminar, das ein protestantisches war, und sagte, dass ich mich für einen Abschluss in Theologie einschreiben möchte. Was muss ich dafür tun? Nun, damals war ich Professor und hatte einen Doktortitel in Naturwissenschaft. Und so sagte der Mann mir, gut, gut, das ist spannend. Du hast ja schon so viele gerade. Du brauchst einen Brückenkurs. Danach schreibst du ein Examen und gehst direkt zum Master und später zur Doktorarbeit. Und ich sagte, das ist doch wunderbar, dann machen wir das so. Er sagte, du kannst mit der Doktorarbeit auch gleich anfangen, wenn du willst. Schwebt dir irgendein Thema vor? Ich überlegte mir, wie kann ich das schnell erledigen? Also fragte ich, kann ich nicht eine Arbeit schreiben über erster Mose und modernes Denken in der Wissenschaft? Ihn traf fast der Schlag. Und er sagte, nein, nein, das wird nicht gehen. Wir nehmen nichts auf, was gegen das evolutionistische Paradigma ist. Dann schlug ich vor, nun, dann eine Arbeit, die konstruktiv die Geschichte, wie sie in der Bibel steht, mit dem heutigen Wissensstand vergleicht. Auch wenn es einige der biblischen Themen unterstützen würde, wäre das nicht zufriedenstellend? Er sagte, ganz und gar nicht. Wir werden uns doch nicht zum Narren machen. Okay, sagte ich, geht in Ordnung. Dann ein anderes Thema. Zum damaligen Zeitpunkt interessierte ich mich sehr für die New Age Bewegung und all die Philosophien der selbsternannten Messiasse und auch für deren Erscheinungen, die doch alle der Schrift widersprechen. so schlug ich eine Arbeit vor über die biblischen Kriterien für einen biblischen Messias eben im Gegensatz zu denen, die in der Welt auftauchen. Das ist ein sehr weites Feld. Und er schaute mich so ausdruckslos an und fragte mich, welchen biblischen Messias meinst du denn? Okay. Das war ein protestantischer Theologe, der mit mir sprach. Ich schaute ihn an und fragte, nun, gibt es mehr als einen? Und er sagte, oh ja, in der Bibel ist alles allegorisch. Jeder ist ein Messias oder ein potenzieller Messias. Also sagte ich ihm, nun gut, ich werde darüber nachdenken. Und so beließ ich es dabei, weil ich begriff, dass Argumente zu gar nichts führen würden. Als ich zurück in meinem Büro war, dachte ich mir, gut, wenn das die Ausbildung ist, die die Theologen haben, dann sollen sie behalten. Ich bleibe lieber bei meinem wissenschaftlichen Wissen und bei dem, was ich aus den Schriften von Gottes Wort lernen kann und denen, die es unterstützen. Doch soweit ging es. Inzwischen habe ich sogar einen Abschluss in Theologie. Du hast sogar einen Ehrendoktor. Ja, aber das ist eine andere Geschichte und darüber müssen wir hier nicht sprechen. Die schuldigen Übeltäter sind Ignatius Loyola, Thomas Worsley, Johann Fichte und Bertrand Russell. Das ist sehr interessant. Aber befassen wir uns mit der Gegenwart. Wir hatten den früheren Bildungskonflikt betrachtet. Das ist jetzt unser berühmter Präsident von Frankreich, der natürlich einen jesuitischen Bildungshintergrund hat. Und er ist ein Freund des Papstes. Ja, das stimmt. So ist es. Das ist Catholic Family. Frankreich bewegt sich auf ein Verbot von Heimschulen im Jahr 2021 zu. Nun, was ist so unerwünscht bei der Heimschule? Doch die Tatsache, dass Menschen ihre Kinder auf eine Art erziehen können, die vielleicht den Wünschen dieser erlauchten Herren widersprechen. Genau. Wenn der Lehrplan etwas sagt, dann können die Eltern oder ein Lehrer das korrigieren und sagen, okay, das wird hier gelehrt, aber es ist nicht die Wahrheit. Oder hier ist eine Alternative. Ja. Der französische Präsident Emmanuel Macron gab am Freitagmorgen bekannt, dass er vorhat, Heimschule für alle Kinder per Gesetz zu verbieten, außer bei denjenigen, wo eine gesundheitliche Beeinträchtigung ein Fernbleiben von der Schule rechtfertigt. Er hat außerdem vor, die Kontrolle der privaten, unabhängigen Schulen, die keine öffentlichen Fördergelder erhalten, zu verschärfen. Das ist sehr interessant, denn wenn man öffentliche Fördergelder erhält, unterstellt man sich der Regierung. Und man muss sicherstellen, dass dieser Lehrplan unterrichtet wird. Also jeder, der dort eine eigene Ansicht hat, muss eingeschränkt werden. Besonders durch Überprüfung der dort unterrichteten Lehrpläne und durch strengere Umsetzung eines kürzlich erlassenen Gesetzes, das diese Schulen verpflichtet, einen gemeinsamen Kern zu unterrichten, der von einer hohen Autorität für Bildung definiert wird. Fordert der Papst nicht eine neue Erziehung? Er ist eine sehr hohe Autorität. Ich frage mich, ob diese Unterautorität in Übereinstimmung mit der sehr hohen Autorität sein muss. Weißt du, Luther gebrauchte die gleiche Sprache. Ja. Aber wohin das hier führen wird, werden wir ziemlich deutlich sehen. Das werden wir gleich sehen. Er sagte, die Schule ist der Schmelztiegel der Republik. Das ermöglicht uns, unsere Kinder vollständig vor irgendeinem Anzeichen der Religion vor Religion zu schützen. Darin liegt der Unterschied. Das ist der Unterschied. Das ist spannend. Gegen welche Religion ist er denn? Es scheint gegen alle Religionen. Aha, aber warum soll man sie nicht alle in einen Topf werfen, wenn man gegen eine bestimmte ist? Genau. Das verhaftet das Herzstück des Säkularismus. Und das ist der Ort, an dem wir Gewissen formen, sodass die Kinder freie, rationale Bürger werden, die fähig sind, über ihr eigenes Leben zu entscheiden. Die Schule ist deshalb unser kollektiver Schatz. Sie erlaubt uns, in unserer Gesellschaft dieses gemeinsame Gefüge zu erbauen, das die Republik ist. Genau davor hat Martin Luther gewarnt. Wenn die Schrift ausgegrenzt wird, wird das das Ergebnis sein. Und hier wird der Verstand geformt, damit der Schnee schwarz ist. Ja, das ist aus einer Rede, die ja nach den radikalen islamistischen Angriffen in Frankreich geht. Aber wie wir gelesen haben und noch lesen werden, gilt das für alle Religionen, denn Frankreich ist ein säkuläres Land. ein säkulärer Staat. Macron sagte sehr deutlich, dass die Schule der Republik darauf abzielt, die Kinder vor der Religion zu schützen. Er fügte hinzu, das ist zweifellos eine der radikalsten Gesetze seit denen von 1882 und denen von 1969, die sicherstellten, dass Jungen und Mädchen zusammen unterrichtet werden. Von Beginn des Schuljahres 2021 wird der Schulunterricht für alle ab drei Jahre verpflichtend werden. Das nimmt den Einfluss der Eltern weg. Und zwar komplett. Heimschule wird streng begrenzt, vor allem wegen gesundheitlicher Gründe. Wir wechseln damit unser Paradigma und es ist notwendig. Er sagte gleichermaßen, die Republik wurde um die Schule herumgebaut, die mehr als Individuen unterrichtet. Sie erzieht Bürger, sie formt freies Denken. Darum bin ich überzeugt, dass die Republik jenen durch die Schule widerstehen wird, die die Republik bekämpfen oder zerteilen wollen. Durch die Schulen werden wir alle unsere Kinder ermöglichen, Zugang zu Wissen, Kultur und einer republikanischen bürgerlichen Gesinnung zu erhalten, damit sie vollständig zu Bürgerinnen und Bürgern werden. Das heißt, der Verstand muss an das angepasst werden, was die Vorgabe des Staates ist, was wiederum von einer höheren Autorität entschieden wird, die in Rom sitzt. Ja, das hört sich jetzt säkulär an, aber Rom akzeptiert Säkularismus. Nun, es ist sehr nützlich, eine radikale Religion zu gebrauchen, um sich schließlich alle Religionen vom Hals zu schaffen. Ja. Und den Eltern das Recht wegzunehmen, Werte und Normen in das Denken ihrer Kinder einzupflanzen. Hier haben wir eine Liste von einigen Ländern, in denen Heimschule schon illegal ist. Man kann sehen, dass die Liste sehr lang ist. Deutschland, Griechenland, Ungarn, Montenegro, Niederlande, Armenien, Aserbaidschan, Georgien. Die Liste ist ziemlich lang, wir müssen sie nicht durchgehen. Es schließt islamische Länder ein, wie die Türkei oder Deutschland. das ein christliches, protestantisch-katholisches Land ist. Und wenn wir alle Religionen da hineinwerfen könnten, wäre das sehr praktisch. Nun, dieses Buch, Rulers of Evil, ist ein Buch, das jeder irgendwann lesen sollte. Ein sehr interessantes Buch. In diesem Buch spricht der Autor von Rulers of Evil über die Macht des Jesuitenordens. Sie sind die Spitze derer, die heutzutage über die Gesellschaft herrschen. Mit Bezug auf die Jesuiten schreibt er, Ihr Haupt würde ein Generaloberer sein. In den Constitutions, also Gründungssatzungen, die Ignatius verfasste, sollte diesem Generaloberer jederzeit gehorcht und Ehrerbietung dargebracht werden. wie dem, der die Stelle von Christus, unseren Herrn, einnimmt. Der Ausdruck, die Stelle von Christus, bedeutet, dass der Generaloberer sich mit dem Papst zusammen von der allgemeinen Öffentlichkeit unbemerkt den göttlichen Titel eines Stellvertreters Christi teilen würde. der zuerst von Galatius dem Ersten am 13. Mai 495 beansprucht wurde. Loyolas vollständige Konstitutionen wiederholen 500 Mal, dass man Christus in der Person des Generaloberern sehen soll. So funktionieren sie und man muss vollständig gehorchen. Dann enthält das Buch noch den jesuitischen Schwur. Nusser aus Interesse, die Jesuiten wurden schließlich die Schulmeister Europas. Okay. Und sie leiteten auch das Konzil von Trient, so wie sie das Zweite Vatikanische Konzil leiteten. Ja. Oberflächlich betrachtet wirkt das Zweite Vatikanische Konzil wie ein Gegensatz zum Konzil von Trient. Doch im Grunde ist es das allergleiche, nur sehr gut ausgedrückt. Der Großteil des 18 Jahre andauernden Konzils zu Trient bestand aus zwei Unterbrechungen von jeweils vier und zehn Jahren. Zu Beginn der zweiten Unterbrechung gründete Ignatius in Rom ein besonderes Seminar für deutsch sprechende Jesuiten, das Germanicum hieß. Interessant. Drei Jahre später legte der Augsburger Religionsfrieden die Regel Sios Regio Eos Religio fest. Wessen die Region, dessen Religion. Das bedeutet einfach, in einem Gebiet musste man Protestant sein, in einem anderen katholisch. Der Augsburger Religionsfriede war eine beständige Goldgrube für die Jesuiten. Jetzt konnten sie eine ganze Bevölkerung nach Rom zurückbringen, einfach indem sie ein paar Fürsten gewannen. Wenn du den Fürsten hast, dann muss der Rest mit. Wenn du in diesem Gebiet lebst, musst du glauben wie der Fürst. Denn die Menschen damals durften nicht selbstständig denken, denn der Fürst dachte für sie und der Fürst war der Kirche untertan. Die Früchte des Germanicum waren so erfolgreich, dass beim endgültigen Vertagen des Konzils von Trient am 4. Dezember 1563 die verabschiedeten Dekrete und kanonischen Gesetze des protestantischen Reformatoren nichts zugestanden. Dafür lehnte das Konzil unter der geistlichen Leitung des Generalobers Diegolanus Ignatius war 1556 verstorben jede protestantische Lehre Punkt für Punkt ab. Da begann der Krieg. Und jetzt wird es interessant, mein junger Bruder, denn es heißt hier, es war unvermeidlich, das steht auf Seite 65, dass das Konzil zu Trient die Jesuiten als Schulmeister Europas einsetzen würden. Mit Geld aus der königlichen Familie und der Wirtschaft und nicht einem Pfennig von der Kirche. Tja, sie nehmen es alles von der Gesellschaft, so arbeiten sie bis heute. Also, diese reiche Organisation, die in Schätzen und Gold schwimmt, jenseits aller Vorstellungskraft, spricht immer von den Armen, aber sie beutet die Armen aus, um den Armen angeblich zu helfen. Baut die Gesellschaft Jesu ein ausgedehntes System von Schulen und Hochschulen. Es wurde keine Gebühr erhoben, doch jeder potenzielle Student wurde sorgfältig betrachtet, um zu sehen, ob er Fähigkeiten hätte, die die Gesellschaft brauchen könnte. Mit der Gründung der ersten jesuitischen Schule in Coimbra, Portugal, durch Kathrina, die jüngste Schwester des Kaisers, dann verweist es auf das romantische Interesse Loyolas, an diesem bestimmten Mitglied des Königshauses, wurde die vorrangige Beschäftigung der Jesuiten das Unterrichten. Bis 1556 widmeten sich drei Viertel der Mitglieder der Gesellschaft in 46 jesuitischen Kollegien dem Lernen gegen das Lernen, um den Verstand mit dem Lernen von erleuchteten Humanismus zu indoktrinieren, anstatt mit dem Lernen der Heiligen Schrift. Darum verfasste Martin Luther seine Reden. Darum sagte er, dass die Universitäten und Schulen Küllegruben sind. Ja, und warum eine Bildungsreform notwendig war. Ganz genau. Dieses Netzwerk wuchs 1749 auf 669 höhere Schulen, 176 Seminare, 61 Studentenhäuser und 24 Universitäten an, die entweder teilweise oder ganz unter jesuitischer Leitung standen. So gingen sie vor. Und dann dieser traurige Satz. Viele protestantische Familien schickten ihre Söhne auf jesuitische Schulen. Trotz Martin Luthers früherer Warnung in seinem Aufruf an die herrschende Klasse, worüber wir gerade gelesen hatten, wenn sie ihren jungen Studenten die Heilige Schrift nicht sorgfältig vermitteln und einprägen, wenn sich die Schulen als weit geöffnete Tore zur Hölle erweisen. Der Lehrplan der Jesuiten oder Ratio Studorum, Methode des Lernens, schenkte der Heiligen Schrift beachtenswerte Nichtbeachtung. Ja. Also wurde die Bibel nicht erwähnt und zwar gar nicht. Tatsache ist, wo ich unterrichtete, wenn dort die Schrift doch erwähnt wurde, dann nur, um sich darüber lustig zu machen. Und das geschah mit unseren Universitäten. Ich war dabei an einer protestantischen Universität, keiner katholischen Universität. Also frage ich mich, ob und wie unsere gebildeten Leute, die an jesuitischen Institutionen gelehrt wurden, unsere gelehrten Herren, die an diesen Güllegruben des Rationalismus und sozialer Gleichheit studieren, nun, wie ihr Denken überhaupt die Wahrhaftigkeit der Schrift erfassen kann. Ihr Denken wurde durch das, was sie gelernt haben, so vergiftet, dass sie in vielen Fällen disqualifiziert am Pult zu stehen, es sei denn, sie haben eine totale Transformation erfahren. Dann hat er etwas sehr Interessantes zu sagen. Der Lehrplan der jesuitischen höheren Schulen wurde im großen Maße als Grundlage der Lehrpläne in den höheren Schulen Europas allgemein übernommen, schrieb Dr. James J. Walsh, die Kahn der medizinischen Fakultät der Fortham University. Außerdem sagte Dr. Walsh auf Seite 66, die Gründungsväter unserer amerikanischen Republik, das heißt die Gruppierungen von Männern, die die Unabhängigkeitserklärung entwarfen und unterzeichneten, die die Anführer in der amerikanischen Revolution waren und die Verfassung der Vereinigten Staaten formulierten, waren in der Mehrheit an kolonialen höheren Schulen oder an entsprechend höheren Schulen im Ausland unterrichtet worden, die beinahe exakt der jesuitischen Ratio Studorium folgten. Diese Tatsache wird in unseren Historien der amerikanischen Bildung weitgehend ausgelassen. Er fährt fort, eingebettet in die Ratio Studorium waren Elemente der Unterhaltung dramatischer Gestaltung Aufbau Rhetorik und Redegewandtheit. Dazu kann ich noch debattieren anfügen. Diese Kurse knüpften an die geistlichen Übungen an, um die Erfahrungsbezogenheit der katholischen Lehre gegenüber der Schrift und dem Protestantismus zu vertiefen. Also das bedeutet, dass die geistlichen Übungen von Loyola in diesen verschiedenen Bereichen verankert wurden. Ohne dass die Menschen es überhaupt wissen. Das führte zu einem Genre spektakulärer Theaterstücke, das als Jesuitentheater berühmt wurde. Theater. Es geht hier noch weiter und wird sehr interessant. Das erste Jesuitentheater wurde 1555 in Wien aufgeführt. Kannst du sehen, wie das alles in der Zeit der Reformation passiert? Ja, das ist eine Gegenreformation. Das ist die Gegenreformation. Fast 40 Jahre vor dem Erscheinen von Shakespeare. Es war sofort populär und verbreitete sich schnell auf andere Gebiete Europas. Zwischen 1597 und 1773 kamen mehr als 500 jesuitische Theaterstücke allein in den niederrheinischen Gebieten auf die Bühne. Faszinierend, oder? Jakob Biedermanns Stück Synodoxus, das Punkt für Punkt Luthers Lehren widerlegt, beweist die Kraft der Unterhaltung, um eine politische Reform zu erreichen. Eine politische Reform durch Jesuitentheater. Jesuitentheater gibt es natürlich auch noch. Es ist gesund und munter und nennt sich heute Hollywood. Holly ist die Stechpalme und daraus sind auch die Zauberstäbe von Hexen, die damit ihren Zauber treiben. Der Autor schreibt hier, und das ist sehr interessant, auf Seite 67, England brachte sicherlich den größten jesuitischen Dramatiker von allen hervor. Shakespeare. Niemand denkt bei ihm an einen jesuitischen Stückgeschreiber. Shakespeare beschäftigt uns mit menschlichen Verwirklichungen auf eine Weise, die unmerklich die Bibel ins Abseits dringt. Genau übereinstimmend mit der Mission der Jesuiten. Die Charaktere von Shakespeare predigen auch. Sie predigen auch eine Religion, aber es ist nicht das Evangelium von Jesus Christus. Es ist die gnostische Erleuchtung des Medici Learning, das Shakespeare predigt, der Lernstoff jesuitischer Schulen. So überrascht es nicht, dass die geheime Tradition der Templer behauptet, dass Shakespeare oder zumindest der Autor seiner Stücke ein von Medici Learning durchdrängter Rosenkreuzer war. Ich kann noch etwas lesen. Es ist ein Zitat. Die philosophischen Ideale, die durch Shakespeare Stücke verkündet werden, zeigen eindeutig, dass der Urheber mit bestimmten Lehren und mit den Rosenkreuzern eigenen Grundsätzen eng vertraut war. Genau genommen drückten die Tiefgründigkeit der Werke seinem Urheber den Stempel eines großen Illuminaten auf? Wer außer einem Platoniker, einem Kabbalisten oder einem Pythagoreer hätte das Sturm Macbeth, Hamlet oder Simblen schreiben können? Wer außer einem in paracelsischer Weisheit gut bewanderten Menschen hätte sich einen Sommernachtstraum ausdenken können? Das sind nun einige Gedanken aus dem Buch Rulers of Evil Noch ein Gedanke dazu Unterhaltung beinhaltet auch Musik Ganz genau Wenn wir jetzt über eine neue Bildung reden müssen wir uns alle diese Punkte ansehen sie wollen jetzt auf universeller Ebene diese Konformität des Denkens einführen so wie Macron es sagte lasst uns genau ganz genau darauf Acht geben was unterrichtet wird und lasst uns schon den jungen Verstand bekommen er hat nicht von dreijährigen gesprochen doch ab drei jahre in der katholischen kirche gibt es den spruch der jesuiten der so lautet gib uns ein kind bis zum alter von acht jahren und ich werde es für immer haben das ist schon erstaunlich oder sehr erstaunlich ja es ist wie ein bann oder ein zauber ich kann das in meinem eigenen leben mit meiner eigenen erfahrung bezeugen ich war atheist doch ich wurde katholisch erzogen und wurde dabei in einem system erzogen das ich verabscheute wegen der lehren von der hölle wurde ich atheist meine mutter war protestantin jeder kennt wahrscheinlich die geschichte ich spare mir also die details aber es machte mich zum atheisten als es jahre später richtig eng wurde wendete ich mich trotzdem wieder dem katholizismus zu gib mir ein kind und nur die schrift machte mich frei konnte dich dort herausholen nur durch die schrift wach ein licht hindurch das diese dunkelheit verbannen konnte nun mit drei jahren fangen sie gerade erst einmal an zu denken ja also rulers of evil spekuliert ob es ein ghostwriter von shakespeare gegeben haben könnte und viele fragen sich wer das gewesen sein könnte nun es gab da draußen ein paar verschwörungstheorien aber bei shakespeare ist manches ist manches irreführend er hat eine adresse aber hat keine adresse er hat ein menschen schreiben menschen schreiben unter falschen namen bücher nun wenn man sich william shakespeare ansieht und einen anderen mann nämlich francis bacon dann gibt es da interessante vergleiche sie waren zeitgenossen lebten zur gleichen zeit oder waren sogar ein und dieselbe person sehen wir uns eine gegenüberstellung von wikipedia an francis bacon ehemaliger lord kanzler erster viscount saint alban auch als lord verulam bekannt war ein englischer philosoph und staatsmann der als generals fiskal und lord kanzler von england diente seinen werken gebührt er verdienst die wissenschaftliche methode entwickelt zu haben die letztendlich gegenwärtig die grundlage aller universitären lehren ist und die auch während der wissenschaftlichen revolution einflussreich blieb das zeigt wikipedia er wurde am 22. januar 1561 in yorkhouse london im vereinigten königreich geboren und starb 1626 in highgate london vereinigtes königreich beeinflusst von der heiligen schrift nein beeinflusst von aristoteles plato nicolo machiavelli roger bacon und weitere ausbildung trinity college universität von cambridge universität von poitiers dort erhielt er seine ausbildung dieser mann war ein philosoph aber auf der grundlage griechisch-gnostischer philosophie william shakespeare war ein englischer dramatiker dichter und schauspieler der allgemein als der größte englischsprachige literat und größter bühnenautor der welt bekannt war er wird oft englands nationalpoet und barde von avon genannt er wurde 1564 geboren vergleiche hier 1561 in stratford up and avon und starb 1616 und hier 1626 es gibt viele die glauben dass dieser rosenkreuzer francis bacon der durchdrungen von medici learning war wie wir in rulers of evil gelesen hatten und bewandert in der kabbalah und dem gnozismus ein sehr wahrscheinlicher kandidat ist der ghostwriter von shakespeares stücken gewesen zu sein aber wie dem auch sein mag das ist nur spekulation doch das ist die bildung die die welt wertschätzt nun martin wir haben jetzt verglichen was martin luther sagte und was die jesuiten aus der schulbildung in der welt gemacht haben die welt ist eine welt voller chaos voller gewalt und wie die autoren die wir gerade gelesen haben formulierten bölle gruben der hölle und jetzt sprechen sie über eine neue erziehung eine die jeden auf linie bringt mit einer bestimmten art zu denken der individualismus muss verschwinden ein kollektives gruppen paradigma muss umgesetzt werden und dafür haben sie ein neues schlüsselwort geprägt das heißt solidarität ja solidarität ich denke wir sollten eine fortsetzung machen in der wir besprechen wie sich das alles entwickeln soll das ist so ein wichtiges thema es führt ja irgendwo hin wohin wird es führen ja für einige mag das unerwartet kommen aber diese umerziehung von der du gesprochen hast sie beschränkt sich nicht nur auf den bildungssektor das haben wir in der unterhaltung in allen möglichen bereichen ganz genau überall die vorarbeit das fundament davor wurde gelegt die säulen des protestantismus wurden umgestürzt die letzten überreste protestantischer lehre liegen blutüberströmt auf der straße und jetzt ist die zeit gekommen eine neue bildung einzuführen die jede religion wegfegt wie wir gesehen haben und dafür diese erleuchtete gnostische lehre die den kern jesuitischer lehre bildet lehrt wir haben einen jesuitischen papst ein jesuitisches schulsystem in der welt und die welt ist reif für eine neue bildung wir haben auch von beiden seiten des politischen spektrums eine starke annäherung an den katholizismus gesehen stimmt aber weißt du was in der bibel steht ein interessanter vers und der herr jesus sagt wehe denen für denen wäre es besser dass ein großer mühlstein an seinen hals gehängt wird der eine von diesen kleinen die an mich glauben anstoß zur sünde gibt das ist eine auseinandersetzung mit dem gott des universums die ihren höhepunkt in den letzten ereignissen für die menschheit auf diesem planeten finden wird es gibt eine entscheidung die die menschen treffen müssen und damit werden wir uns im zweiten teil beschäftigen lasst uns beten himmlischer vater wir brauchen wirklich eine neue erziehung doch wie schon salomos sagte gibt es nichts neues unter der sonne was war wird wieder sein und so wie martin luther eine erziehung forderte in der gottes wort eine zentrale rolle spielt so hoffe ich dass auch dein volk begreift dass sie ihren kindern eine neue erziehung geben müssen mit einem erneuten schwerpunkt auf den themen die zum ewigen leben führen schenke uns weisheit in dieser zeit großer probleme und not möge der gott aller weisheit und der gott aller wahre erziehung mit uns sein wenn wir uns dem höhepunkt der weltgeschichte nähern das ist mein gebet in jesu namen amen amen amen